und damit ja willkommen bei mich haben ja also ich muss sagen dieses kärzchen ist schon echt putzig man da werde ich ja schmilzt sich ja schon dahin wieder der riesen spezialist oder schütze scharf schützen und mustang ich hab auch auf mustang irgendwie schafft es noch dazu was eine gute idee ok ja doch wenn wir rein waschen doch können ganz neu sein ich könnte mir vorstellen dass es eine sehr 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 interessante runde werden könnte mal kurz was sollen wir jetzt machen und das einfach so mega voll auf aggro wäre ich eher würde ich sehr viel arglides also würde ich auf jeden fall mir zwei arglides holen was kann man dann gegen arglides gut machen ich meine wir haben schon scharf schützen ein hacker bringt mir jetzt gerade gar nichts noch mal ich würde sparen einfach mal so und ich wüsste jetzt echt nicht was ich machen soll ich muss mal weiter hier in die mitte das ist mir irgendwie besser sicherer und dann sparen wir die restlichen ach mensch und schon haut alles weg damit der sniper den argl weckern kann dein geschöhn okay er hat sich echt arglides gold warte mal hier fällt dafür fehlt da irgendwie was eine epische musik so krass episch wir haben den cats jetzt nach man denkt es absichtlich damit man den nicht besiegen möchte den typen oh mein gott auch panzer stufe drei direkt das ist so geil was will ich haben das würde ich sogar vielleicht anbieten tatsächlich also das kommt einfach wir machen mal machen 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 wir können die währenddessen einfach mal auf dem hier rumkauen und hier haue ich die schon mal direkt weg damit der schön hier direkt auf den arglide geht wir schützen mal eben noch unsere linke flonke kommt hinten was ne und ich mein feuer ist schon echt ungeil jetzt für mich städtet weh irgendwie habe ich das gefühl dass wir schon in der dritten runde sind weil ich gerade 600 hat aber ich habe ja nichts ausgegeben gerade gehabt deswegen haben wir so viel ein schwerer hacker mit dem ganzen kram dahinter es macht das keinen sinn wirklich 1 2 暗 Ja, ich weiß, ich fahre mein eigenes Feuer dann rein, aber, okay, reichweitemäßig sogar nicht mal wirklich. Können wir mir vielleicht selber einen Arsch beißen. Okay, er holt sich jetzt für nichts. Das ist ganz gut. Ich meine, ich habe eh schon Mustangs dabei. Dann werden wir bei den Mustangs gleich auf jeden Fall ein bisschen sparsam. Müssen auf jeden Fall auf Range gehen. Hmm... Hmm... sehr aggressive rundchen hier gerade hier möchte ich meine taktiken durchziehen ja es ist okay wir haben eben noch zwei andere jetzt hier also alles cool hat er bei seinen argleits er hat auch panzer bei seinen argleits der scharfschüsse stirbt jetzt durch feuer ha 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 Und den ganzen kleinen Kram mal weg. Ich meine, das Flankieren hat gut was gebracht, so ist ja nicht. Ich habe jetzt halt nichts gegen die Dingens. Und die Overlords und die Phönixe. Hmm. 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 Mein Oberherrn hat da keine Panzerung drauf. Das geht's gut. Okay. Das war übrigens missklick, wo eigentlich das aufklicken, aber ist auch egal. Hmm. Okay. 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 Das funktioniert. Junge. Schwere Panzerung, aber richtig hart in der Anti. Ich nehme das und mache das wie folgt. Kann ganz nice sein. Ich mache sogar noch hier sowas, damit möglichst der Kollege hier stört. Hmm. Ne, dann würde ich mich selber killen. Okay, das Feuer habe ich gerade gar keine Verwendung für. Ich meine, falls hier was kommen sollte, habe ich da ein bisschen Feuer am rumliegen. Das ist okay für mich. Und wir machen hier mal ein paar Upgrades. Und hier kommen tatsächlich dann nochmal ein paar Griecher hinterher wieder. Ich mache eigentlich auch das hier. Hmm. Na gut, da kommt nix. Okay, die linke Flanke sind wir zerstört worden komplett von Overlord auch hier mit. Aber der ist auch gar nicht mal so mega gut noch am Leben der Jungen. Aber trotzdem. Jetzt langsam haben wir auf jeden Fall die Übermacht wieder. Denn auch wenn die Overlords natürlich sehr stark sind. Wenn du halt jetzt sowas hast wie Arclight, so einzelne Ziele. Oder wie was wie Minus, wo die nur einmal draufschießen müssen und richtig Schaden machen. Ist okay. Aber bei so Mustangs ist halt das geile. Die sind halt so mega viele. Da musst du halt erstmal darauf klarkommen. Kriege ich hier nicht irgendein geiles Teil? Ich glaube, das würde er 100% nicht machen. um 50%. Das glaube ich ganz gut. Mein Schafschutz ist Stufe 5 schon, Heiliger. Ich glaube Schilder sind auf jeden Fall sehr wichtig. Denn sonst kriegen wir einfach nichts. krachen. Hier ist noch gar nichts im Hintergrund. Warte mal. Wenn wir jetzt. Hier auch nochmal sowas machen. Zum ablenken ein bisschen. Und dann sagen wir mal. Auch mal das hier machen. Ich habe leider kein schnelles. Schnelles flankieren. Also diese Fähigkeit wo es halt 50% schneller geht. Ich leider nicht. Ah. Ja das macht Sinn. Das Feuer fuckt mich schon ab. Richtig hart. Aber ich outrange ihn halt noch übelst hart. Deswegen jucke mich das halt überhaupt nicht. Spüre die Macht. Wurde das Ding nicht genervt irgendwie? Ich meine schon. Merke ich nicht vielfahrend. Oh mein Gott. Alter das habe ich da noch nie gesehen. Das ist ja richtig geil. Oh das machen wir. 1 1 1 1. Als ob der 1111 Leben noch hat. Ey das ist ja richtig sexy. So ich haue jetzt auch direkt hier auf den Schaden. Das geht es richtig. Meine Freunde. So machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Hier hat er Reichweite genau. Mit Reichweite würde er dann 135 Reichweite bekommen. So wie wir. Deswegen machen wir auf jeden Fall wieder das hier. Wir werden auch das hier benutzen. Hoffentlich hauen wir richtig schnell seine. Ist schon weg. Sollen wir dem Range geben. Weil der macht eigentlich auch noch ganz schön viel. Ich glaube nach der Zeit wäre geiler. Ich finde es blöd dass ich noch keine Fähigkeiten habe. Für meine Mustangs irgendwie. Ist nicht ein bisschen schade. Kann auch abgebildet werden. Den werden wir auch mal ab. Den Jungen. Weil der kommt ja hier auch irgendwie gefühlt immer durch. Und ich glaube dann werde ich einfach nur noch mal mehr Kleinkram hier machen. Halt möglichst alles abzulenken. Oh mein Gott. Der hat schwere Panzerung auf den drauf gehauen. Ach du Kacke. Okay. So. So. Sollte das eigentlich funktionieren oder? Mal gucken. Möglichst. Er hat keine Schilde. Das heißt. Das heißt wir schalten auch seine ganzen Fähigkeiten aus. Das heißt automatisch keine Range mehr für die ganzen Einheiten hier. Wir waschen hier auch von allen Seiten rein. Okay. Ja das war auf jeden Fall. Scheiße. Mit der Fenstle skaten. Das Bild ist so putzig man. Das. Alter wie viel noch upgraden konnte. Krass. Aber wir haben einfach perfekt. Ich hätte nicht gedacht es hat keine Schilde benutzt. Wir haben auch alle seine ganzen Verbesserungen halt abgeschaltet. Und dadurch haben unsere Mustangs einfach übelsfrei das Spiel gehabt. Aber mit dem Schaden plus noch. Ich finde. Also Mustangs sind einfach richtig geil. Wenn du nichts zum funktionieren bringst. Einfach genial. Also am Anfang haben wir richtig aufs Maul bekommen muss man sagen. Wir haben ihn nur in Sicherheit gewogen. Ja. Es ist alles gar kein Problem gewesen. Wir haben ihn gewogen. Gewiegt. So wie ein kleines Baby. Ja ist alles gut. Und dann BAM. Haben wir es ganz vorsichtig wieder ins Bettchen gelegt. Ja. Alles gut. Ich meine allein beim Bild von ihm. Ja. Muss ich schon echt sagen. Das ist echt putzig. Das Bild ist echt süß. Allein der Name passt auch perfekt. Natürlich lohnt logisch bei so einem Bild. Naja. Ja. Mit den Wynos war eigentlich so der Plan natürlich dann jetzt hier erstmal die Seiten zu machen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Eigentlich sogar öfters die ganze Zeit teils noch. Und er hätte seine Seiten halt einfach viel besser absichern müssen. Sturmrufe haben irgendwann auch gar nichts mehr gebracht tatsächlich. Die Panzer war halt am Anfang habe ich so gedacht. Ja. Können wir mal versuchen so ein bisschen Panzer action und so. Weil Stufe 3 Panzer direkt am Anfang ist halt schon geil. Das hat gar nicht funktioniert. Der rechts hier hat noch ein bisschen was gemacht. Deswegen konnte er so auf Stufe 4 aufsteigen. Aber der Junge hat es von Anfang an. Bis zum Ende hat er einfach nicht geschafft aufzusteigen. Ein bisschen schade. Wir haben sogar. Wir haben sogar. Ich habe ihm sogar die Panzer angegeben damit er etwas länger aushält. Dann waren die. Waren die beiden einfach echt nur noch. Einfach da. Um halt. Ja. Damit halt. Die Oberherren sich an den kaputt kauen. Weil die Stufe 1 müssen auf jeden Fall ein paar mal drauf schießen. Lass es dann schon mal ein paar mal mehr drauf geschossen auf die als auf meine Mustangs. Also die Mustangs waren auf jeden Fall die Damage-Dealer. Der ist sogar auch Stufe 3 jetzt aufgestiegen. Was ich schade fand ist tatsächlich dass wir keine geilen Fähigkeiten mehr Schaden oder sowas bekommen haben. Oder irgendwie sowas anderes was noch echt nice auf dem Mustang gewesen wäre. Wie ein Verstärkungskern oder oder oder. Aber naja. Einfach halt manchmal kein Glück. Naja. Aber wie immer meine Freunde war das jetzt wieder. Was jetzt das wieder hier mit dieser wunderschönen Folge. Michael Bellum. War ich nice. Er hat sogar Range auf die Oberjahre gemacht. Um uns auch zu rangehen mit den Mustangs. Und ähm. Aber ja. Bis zum nächsten Mal.